Doch bin mein Weg gegangen, rock your steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit den Rags in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Okay, let's go. Ich hab nicht mal einen. Der greift an ohne Ankündigung. Willi, wir sind im Arsch. Ich hab's noch nie gespielt. Oh, gar kein Bock, Digga. Alles wieder dunkel hier. Ich nehm ESM, ESF. Und ich nehm das Brett mit. Enos, nimm mal die Puppe. Wir rennen rein, vorne am Tor. Machen wir das Brett und die Pippe. Okay. Melina, ich spiele. Ja, ja, du hast recht. Warte mal ganz kurz. Der greift an, Eldos, sofort. Geh du mal vor, Eldos. Du bist der Jüngste. Ja, schön. Eldos, geh vor. Eldos, du bist der Jüngste, geh vor. Okay, okay, okay. Du bist der Jüngste, geh vor. Abis, abis. Okay. Du spielst nicht, du arbeitest nicht. Okay. Okay, erstmal lächer machen. Eldos, schmeiß den scheiß Brett hier, äh, deinen Puppe hier. Alter! Schmeiß hin, schmeiß Puppe hin. Warum? Erst um rechts. Okay, war es kurz raus. Passt. Jeder nimmt sich wieder seine Utensilien mit. Okay, okay, erst um rechts. Wie ging er, hat sich schnell gezeigt. Ich nehme Temperaturmesser mit. EMF? Gibt gleich Partikel. Wartet. Ich hab... Partikel rum, Partikel rum. Nein, 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 nein. Du bist der Gespräch, die derivative. Ja, wie soll man das angehen? Wie soll man das angehen? Ja, warte, wir müssen, wir müssen genau sagen, wie vorher. Ich mach groß abdrücken. Ich hab, ihr nicht ver... Hab, ihr mal. Hab, ihr mal, bist nicht verabdruckt. 100 bis 500, 100 bis 500 Partikel, Jungs. Ich, Mann. Deine Sachen sind weg, Edos. Ich bin nackig. Willi ist nackig. Digger, Eli, das ist unmenschlich. Ja, ich weiß. Du musst mir jetzt folgen. Wir brauchen deine Sachen wieder. Okay, let's go. Truppe ist hier. Ich mag Fußabdrücke. Fußabdrücke ist nichts. Hier, Schnell, was vor? EMF ist weg. Ich geh nicht alleine rein. Fußabdrücke? Ja. What? Yo, Ghost, can you talk? Was? Yo, Ghost, du bist kein scheiß Ami. Bro, wo bist denn du, Digger? Bist du hier im Knast, oder was? Yo. Bro. Can you talk? Yo, Rick, Digger. Was ist denn hier los? Komm, du brauchst mal richtig ranzen im Pro. Where are you? Can you talk? Please. Eli, mein EMF ist weg. Das liegt hier irgendwo, Willi. Da, wo du es vorhin hattest. Ja, aber ich kann, du musst mir jetzt sagen. Ey, wir müssen das finden. Komm, 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 lass. Oh mein Gott, bin ich da. 15 Grad, 14 Grad, 25. Was darf ich mal? Ey, warte mal. Wo wurde Willi weggezogen? Ich wurde nach oben bezogen, glaube ich, oder? Er wird einen von uns packen. Ich wurde nach oben. Hier ist das Spiel, Willi. Kannst du dich ins Spiel gehen? Nein, sorry. Kurz reinnehmen und ins Wohnwagen bringen. Okay, geh weg. Cam. Ich lass meine Cam da. Ich lass meine Cam da. Wegen irgendwelche Schwänze schicken wir Freundschaftsanfragen und die werden da angezeigt und die haben schon... Okay, hab... Oh mein Gott. Okay, stark, stark. Und es wird dann immer da angezeigt. Was mach ich jetzt? Okay. Was ist das? Wohnen wir grad schlauer? Ich hab den Schwiegel hier. Hier. Weg mit dem. Hast du den Schwiegel? Ja, hier, der liegt am Boden. Viel Spaß. Irgendwie, im Fußspun finde ich keine. Wir brauchen... EMF brauchen wir jetzt. Ja, das ist da drinnen. Fußspun kann doch theoretisch diese keine Interaktion sein. Weißt du wo? Nee, ich wohne, glaube ich, hochgezogen. Das weiß ich. Ich glaube, er ist hier rechts. Ja. Viel Spaß. Er ist oben rechts in der Ecke. Viel Spaß. Na, guck mal, guck mal. Oh mein Gott, Dicker. Nein, Willi. Ich war das. Digga. Ihr seid so was vom Gefick, das hat die Welt noch nicht gesehen. Wie willst du denn da gewinnen? Digga. Wie willst du denn da gewinnen? Viel Spaß. Ich geh mute. Werner, der macht nicht halt. Voll gut. Elis ist jetzt mute. Und jetzt bin ich mit dir Versager. Ja, geh vor. Okay, okay. Guck mal, lass, guck mal. Brett. Wir brauchen ein EMF. Brett bewegt sich, Brett bewegt sich. Ecke zu Ecke, Willi. Ecke zu Ecke? Ja, ja. Geh immer einen Tick vor mir. Sicherheitsabstand, ja? Okay, okay. Okay, geh vor. Wir lassen das EMF suchen, bitte. Ich glaube, der kann ein bisschen erinnert. Ja, dann... Mach mal. Okay. Okay. Alles gut. Oh, ich geh. Sorry, Bro. Sorry, sorry, sorry. Elis, ich kann das nicht. Ja, jetzt bin ich hier alleine. So sinnlos. Elis, bist du noch da? Bis noch da? Elis, bist du tot? Ja, jetzt fahr ich auch. Sorry. Wir können auch noch mehr runter machen, aber ich geh da nicht rein. Wow, wie fahren wir weg? Komm, Abfahrt. So, Ruhe, Digga. Einen Schritt in die Tür, der war weg. Willi. Nein. Du musst weiterspielen. Nein. Nee, nee, geh nicht. Du musst weiterspielen. Geht nicht. Abfahrt, halt. Willi hat das Spiel beendet, Jess. Abfahrt, halt. Dann bin ich jetzt gegangen. Das ist unmöglich bei denen. Das geht nicht. Nimm mal das Brett hier. EMF. Nee, auf Schwer. Ja, auf Schwer hab ich auch schon durchgespielt. Auf Schwer hab ich auch schon geschafft. Okay, rein. Er wird sich gleich zeigen direkt. Play, Snip, Play. Mach's Place. Place. Okay. Fußspuren, Fußspuren. Fußspuren. Okay, ein Traum kommt raus, kommt raus. Baby. Baby, ne? Okay. Es wird das Baby sein. Es ist unmöglich, das Baby zu treffen. Ich hatte es in meiner Win-Challenge. Es ist so klein und schnell. Okay, jeder nimmt sich ein Salz. Jeder nimmt sich hier so ein Salz mit. Was mach ich dann? Wenn es sich angreifen will, dann rechte Maustaster. Aber jetzt ist hier von uns mal gewusst. Und jetzt machen wir alles weiter. Wir machen weiter alles. So wie vorher. Du musst EMF machen. Und wir brauchen Thermometer und so eine Scheiße. Also einfach ganz... Okay, okay, okay. Lass gucken, ob sich was bewegt. Nein. Greif direkt an. Bitte, 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 bleib zusammen. Wir müssen halt ein bisschen lose an. Es wird einfach uns gleich weg tragen. Hilfst du mir. Mach immer Licht anmachen. Bitte hilf. Ey, Eli, muss man richtig weit runterziehen? Nee, runterziehen. Ja, wenn er kommt. Geht vor. Nicht zahlt. Bleib zusammen, geht vor. Damit man ihn hittet, bro. Macht ihr eure Partie-Kitzel? Ja, ich habe EMF. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Oh mein Gott, ich bin draußen. Ich bin draußen. Wo bist du, Eldos? Ich bin ich. Ich bin ich. Hallo? Eldos ist, glaube ich, oben. Eldos, komm mit runter. Okay, okay, okay. Runter in den Dings, ja. Runter. Mit dem Wagen, kurz. Ja, kommt Jungs, hier. Okay. Das hier kann weg. Kann mir so ein... Ich habe EMF. Okay, ich rede mit den Habibu. Okay, Mann. Eldos, hast du wieder alles? Ja, ja, ich habe wieder das Schutz. Partie-Kitzel, da liegt ein Partie-Kitzel rum. Hier, nimmt es. Eldos. Ab. Er ist hier in der Ecke. Oh mein Gott, er hängt auf dem Kopf. Er hängt auf dem Kopf. Das ist das Kind, das ist das Kind. Was? Wenn es euch angreift. Was? Wenn es euch... Oh, Eli, nur zeigen. Es ist weg, es ist weg, es ist weg. Es spawnt hier immer rechts oben in der Ecke. Hier rechts kommen die Geister. Eli, guck mal ein Brett an. Was soll ich angucken? Guck Brett? Wir sind noch zu früh für Brett. Wir brauchen Partie-Kitzel, da jetzt. Partie-Kitzel. Ich habe in der Hand, ich habe in der Hand. Und die haben Efe, Eli. Ich habe EMF in der Hand. Oben rechts in der Ecke. Yo, yo, yo. Geht weg, geht weg. Oben rechts in der Ecke. Er macht Licht aus, macht Licht aus. Bitte, 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 schützt. Okay. Partie-Kitzel raus. Okay, passiert irgendwas? Habt ihr Partie-Kitzel raus? Yo. Digga, er muss irgendwas... Ihr müsst reden, ihr müsst irgendwie reden mit mir, bitte. Hallo. Was? Hallo, hallo, warte. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ey, bewegt dich fest? Nee, ich rede mit dem... Ich habe dieses Ding. Okay. Bist du hier? Bist du hier? Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Er hat gerade irgendwas gesagt. Knorren oder so, warte. Hallo? Bist du hier? Er kommt in der Küche. Küche, 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 Küche. So, ich kann es auch noch hier. Artikel 70, 75. Nein, weg. Er kommt gleich. Nein, nein, nein. Komm zurück. Komm zurück. Bleib, 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 bleib. Ich hole den Thermometer. Ich bin denen auf der Spur, denn, Mann. Oh mein Gott. Brett? Brett bewegt sich. Brett, äh... Chaotisch. Okay, okay, okay. Chaotisch, chaotisch, chaotisch. Kurz raus. Oh, er kommt. Steh! Ich bin um. Ich bin weg. Die Tür. Okay, ich bin raus. Ihr müsst mich holen, ihr müsst mich holen. Er ist, hol ihn. Er wird mich sonst... Rados, schnell. Ejo, bist du? Gleich da. Ich bin hier bei irgendjemandem. Mach, mach. Ich sehe dich nicht. Mach Licht an. Er hat alles abgedreht. Du hast doch ein... Du hast doch irgendein Licht. Nein, ich hab... Ich hab nichts. Wir müssen hier raus. Hier, hier, hier. Hallo, hallo, hallo. Hinter dir. Wir müssen hier raus. Okay, und jetzt? Wir müssen hier raus. Ich weiß, ich sehe nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er kommt. Hä? Okay, ich hab überlegt. Ich hab überlegt. Rinn, rinn, rinn. Rinn. Oh mein Gott. Hier, 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 hier. Hier, meine Stimme. Sehr schön. Digger. 500 bis 1000 Partikel. Digger. Ey, ich war... Okay, wir haben... Ich brauch Lichter. Jungs, wo ist mein... Das Licht? Hier war am Eingang Licht. Hier war am Eingang Licht, Eli. Eli, kauf neues einfach. Scheiß drauf. Das war am Eingang neues Licht. Okay, wir müssen rein, Jungs. Wir brauchen jetzt die Puppe. Wir müssen... Das ist ganz wichtig jetzt. Puppe... Läuft doch auf die Puppe direkt. Läuft doch auf die Puppe. Wiss nicht. Redet dieser... Finger? Rundfunk... 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 Ist nichts. Moodo Puppe, gibt es keine Interaktion? AAAAAA! AAAAAA! Oh mein Gott! Willi, macht's heiß! Sorry, Eli. Ging gar nichts. Wow. Du musst wieder... Bro, es ging nicht, Eli. Ellos, wir haben verschissen. Geisteskrank. Also... Das war geisteskrank. Geh raus, geh raus. Rundfunk... Keine Interaktion, sagen wir. Wude Puppe, keine Interaktion. Lass machen, ja. Lass machen. Rundfunk... Dann bringt uns aber nichts. Wir müssen... Einer muss diesen... Rundfunk. Einer muss Rundfunk machen. Ellos, ich mach Rundfunk. Okay, hast du? Dann mach an. Dann musst du rein und reden. Ellos, komm runter. Oh, Eli! Wo? Keine Halt! Keine Halt! Wo? Warte, warte. Ellos, wo? Kinderzimmer, Kinderzimmer. Ich hab's, glaube ich, verloren. Warte. Hier, hier. Okay, komm runter. Komm runter, schnell. Schnapp dir deine... Schnapp dir deine Sachen. Da sind dicht. Ellos, komm! Ellos, komm! Ellos! Das ist so krass, ey. Ja, das Spiel ist für mich zu viel. Ich schwör's, ich brauch mir jetzt richtig kacke. Ich hab so krass Gänsehaut. Das sieht man jetzt nicht, aber ich hab geisteskrank Gänsehaut, wenn ich mal Licht anmach. Warte, wenn du die Tür zuhörst? Ja, mach. Boah, der ist ja krass. Ja, wie sieht man das? Das ist so krass. Rede! Ne, boah. Hallo! Hallo! Boah. Das ist gar nichts für mich so horror. Scheiße. Hallo! Hallo! Dega, ich hab nicht mal ne Chance, das wegzuwerfen. Unmöglich. Wie willst du das schaffen, Chad? Oder das geht nicht. Wie will man das schaffen? Dega, es war... Dega, du weißt nicht, wie... Nein, ich hatte nicht mal die Zeit, ihn abzudenken, Sand. Ja, ich auch nicht, Dega. Ja, ja, Billy auch nicht. Der will auch krass. Dega, ich bin rein und weg. Was ist das Eklige ohne diesen Angriffsmus? Du weißt gar nie, wann er kommt. Ja, und er ist so krass schnell da, Dega. Er ist so schnell da. Was willst du denn da machen? Ja. Ich bin jetzt purgerAllen. Ich bin rein. Und er ist so eller manifested. Ich bin jetzt verd Doctor Max. Ich bin jetzt bei uns. Hallo!